Entwarnung von Viktoria Swarovski In der zweiten Show ging es wieder heiß her auf der Tanzfläche, doch bevor die Auftritte der Promi-Profi-Duos zum Gesprächsthema wurden, rückte etwas anderes in den Fokus. Viktoria Swarovski, 30. Die Moderatorin überraschte alle mit ihrer neuen brünetten Mähne, was sofort für Diskussionen sorgte. Aber keine Panik, Viktoria klärt auf. Auf Instagram teilt sie Schnappschüsse ihres dunklen Looks und beruhigt ihre Fans. Tschüss, dunkle Haare. Es war lustig für unsere 90er Nacht, aber ich bleibe immer blond. Es stellt sich heraus, dass Victorias Verwandlung nur für einen Abstecher in die Vergangenheit gedacht war. Doch die Reaktionen auf ihren Auftritt waren gemischt. Was ist das für eine Frisur? Oder kann jemand Viktoria die Perücke abnehmen? Die Kommentare waren vielfältig. Was denkst du über Victorias neue Frisur? Lass es uns in den Kommentaren wissen.